Ich sag euch doch Leute, seitdem dieser blöde Futterautomate oben hängt, fallen nur noch ein paar Brotsamen für mich herunter, was die Vögel da herunterschmeißen. Das ist doch Käse, oder nicht? Ich geh lieber mal ins Trockene, es regnet. Tja, lange war mein Vorsatz nicht zu halten. Ich bin wieder da und suche nach kleinen Krümelchen, die da unten liegen. Ja, ja, das Leben ist schon schwer. Ach, was sagst du da, Hugo? Bei mir ist es genauso. Aber die Futterreste, die da runterfallen, die ziehen natürlich die Mäuse an. Und ich warte da, hinter dem Baum, da habe ich jetzt vielleicht einer erwischt. Naja, nächstes Mal ist auch noch Zeit. Komme wieder, macht's gut. Da habe ich euch doch versprochen, bin wieder da. Ein guter Platz. Die Vögel schmeißen Futter da oben runter. Und die Mäuse kommen durch Gras und suchen danach. Und ich fange die Mäuse. Dem Hugo geht's genauso. Hallo Hugo, hast du was gefunden? Ich habe eine Idee. Ich klettere jetzt auf den Baum, beiße die Schnur durch und dann fliegt das Ding nach unten. Ja, ein bisschen dran gewackelt habe ich schon. Aber das ist ein Schnur aus Plastik mit einem dicken Draht drin. Da habe ich keine Chance. Ah ja. Ich muss mich mit dem begnügen, was die Vögel oben runterschmeißen. Das ist halt mal so. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.